Herzlich Willkommen heute zu einem neuen Video heute an dem regnerischen Sonntag. Ich hoffe ihr seid auch wieder mit dabei und heute habe ich mir überlegt erkläre ich euch einmal die Basics von den Hot Wheels, denn ich mache immer mehr Videos über Hot Wheels und es kommen immer mehr Menschen dazu und ich habe das Gefühl es sammeln auch viel mehr Menschen Hot Wheels und da wissen vor allem so die Neueinsteiger nicht unbedingt wonach man suchen muss und was gut ist und was nicht so gut ist und deswegen hier so ein bisschen die Basics ganz schnell mal im Schnelldurchlauf. Ich möchte das Video nicht zu lang halten aber ich möchte auch gleichzeitig ein Video machen was ihr euch heute an diesem schönen Sonntag angucken könnt. Ich fange mal an mit einem ganz einfachen Modell und zwar hier einer Mainline. So heißt das nämlich, dass es eine Mainline die findet man in einem Supermarkt oder in einem anderen Geschäft, in einem Fachgeschäft in Deutschland. Es hat auch eine kurze Karte also ist eine Shortcard. Nichts wirklich besonderes, das kann man finden und die kostet auch zwischen 1 bis 2 Euro je nachdem in welchem Laden man sich befindet. Dann gibt es noch mal ein Treasure Hunt übersetzt auf Deutsch heißt das Schatzsuche. So sieht das aus. Sieht erstmal gleich aus wenn man sich nicht auskennt aber wenn wir hier mal unter der unter dem Auto auf die Verpackung schauen dann sehen wir ein Symbol in Grau von einer Flamme. Und dieses Symbol gibt es auch noch mal hier auf dem Auto. Manchmal ist das sogar auf der Motorhaube oder hinten. In diesem Fall ist diese Flamme da zu sehen und das heißt es ist ein Treasure Hunt. Also etwas seltener. Und oft ist ein Treasure Hunt sogar ein Fantasy Auto und die lasse ich auch wirklich liegen obwohl es ein Treasure Hunt ist. Weil Fantasy Autos sprechen mich nicht an. Aber in diesem Fall haben wir ein Subaru Impressor. Also ein Auto was es wirklich gibt als Treasure Hunt. Das macht das noch mal ein bisschen schicker und ist auch selten. Deswegen Mainline Treasure Hunt. Und jetzt gibt's nach dem Treasure Hunt noch ein Super Treasure Hunt. Eine Super Schatzsuche so heißt es übersetzt. Sieht auch erstmal ungefähr gleich aus. Lasst euch nicht irritieren von dieser langen Verpackung oder der Karte. Es ist nämlich eine Long Card. Wir in Europa oder in Deutschland haben hier die Short Cards und die in Amerika haben diese Long Cards. Oft ist das so, dass die Amerikaner dann die Short Cards mögen, weil sie die dort nicht finden. Und die Deutschen oder die Europäer dann die Long Cards mögen, weil wir die hier nicht haben. Aber unabhängig davon gibt's nochmal einen Unterschied. Denn das hier ist ein Super Treasure Hunt. Und Super Treasure Hunt heißt es hat nicht ein graues Symbol, sondern wenn man unter das Auto da auf der Verpackung achtet, dann sieht man da so ein goldenes Symbol. Eine goldene Flamme. Und dieses Auto ist hochwertiger und viel viel seltener zu finden. Denn es hat auch Gummireder. Erkennt man vielleicht hier nicht unbedingt so den Unterschied. Aber es hat Gummireder und eine etwas hochwertigere Verarbeitung. Und das ist so das, was das dann ausmacht. Ja, Mainline, Treasure Hunt und Super Treasure Hunt. Schreibt mir doch mal hier an dieser Stelle in die Kommentare. Habt ihr schon mal einen Treasure Hunt gefunden? Bestimmt. Habt ihr schon mal einen Super Treasure Hunt gefunden? Bestimmt auch. Vielleicht auch nicht. Und wenn ja, dann welchen? Also diese Sachen sind hier im Laden zu finden und die kann man sich dann mitnehmen. Also im Internet gibt es auch Informationen drüber, was zurzeit der Treasure Hunt ist und was zurzeit der Super Treasure Hunt ist. Und dann kann man die schneller finden, ohne dass man erst immer hier drunter hergucken muss. Weil man weiß ganz genau, im Internet habe ich gesehen, der Super Subaru Impressor soll jetzt hier aktuell sein. Und dann sieht man das auch gleich auf den ersten Blick. Jetzt möchte ich euch was zeigen, was man auch im Laden finden kann. Und zwar ein Premium Auto. So sieht das aus. Die Karte ist etwas dicker, ist bisschen breiter und auch höher. Und hier unten rechts steht Real Riders drauf. Und hier unten links steht Metal drauf. Also Real Riders heißt, es hat Gummireder. Und dieses Metal heißt, es hat so eine Metal Base. Also auch wieder hochwertiger. Und ein Modell ist vielleicht mehr begehrt als das andere. Und diese Premium Autos gibt es in verschiedenen Variationen. Zum Beispiel hier haben wir oben rechts Car Culture stehen. Das sind so dann bestimmte Car-Auto-Kulturen, sag ich mal. Ganz grob schlecht übersetzt. Gibt es aber auch noch mal als Boulevard-Serie hier zum Beispiel. Und hier haben wir zum Beispiel Cargo Carriers. Also so Autos, die ja so ein bisschen größer sind. Und hier haben wir die Nummer drei von fünf. Und in so einem Set gibt es dann meistens fünf Autos. Wie wir hier sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Manchmal, bei manchen Sets oder bei manchen Modellen, wie zum Beispiel bei dem neuen Deutschland-Design, ist auch eine Null von fünf dabei. Aber die Null von fünf steht hier nicht mit drauf. Denn die Null von fünf ist ein Chase. Und dieses Chase heißt, es ist viel, viel schwieriger zu finden. Hat aber dann auch einen viel höheren Wiederverkaufswert. Apropos Wiederverkaufswert. Mainline im Laden vielleicht ein Euro. Das vielleicht auch ein Euro. Das vielleicht auch ein Euro, wenn man Glück hat. Aber es hat ein Super-Treasure-Hunt immer einen viel, vielfachen Wiederverkaufswert als ein ganz normaler Mainline. Dann kommen wir zu etwas, was wir vielleicht auch im Laden finden können, aber vielleicht heutzutage nicht mehr so gesehen wird. Und zwar ein ID-Auto, wie wir hier sehen. Die sehen dann so aus. Hier haben wir zum Beispiel den Porsche. Wenn wir reingucken, ist da das Auto drin. Das kann man dann hier aufschieben und sich das Auto rausholen. Unter dem Auto ist nochmal so ein Chip drin. Also man kann es auf so einer bestimmten Strecke, die man dann hat, mit dem Computer verbinden. Und dann kann man das Auto dann auf das Spiel von Hot Wheels projizieren und das Auto dann dort fahren. Jetzt zeige ich euch mal was, was man nicht im Laden finden kann. Und zwar ein RLC-Modell. RLC heißt Redline Club. Also Redline Club ist man, wenn man eine Mitgliedschaft hat auf der Seite von Mattel. Da kann man sich anmelden und da kann man eine Mitgliedschaft für 10 Dollar pro Jahr abschließen. Und für diese Mitglieder kommen dann regelmäßig paar Autos raus, die dann limitiert sind, wie in diesem Fall 12.500 Stück nur. Und die kann man sich dann ergattern. Einige sind schneller ausverkauft innerhalb von Sekunden, andere wiederum innerhalb von ein paar Tagen erst. Und so sind die RLC-Modelle. Und die haben natürlich auch im meisten Fall auch eine Wertsteigerung und was besonderes an sich, weil sie auch nochmal hochwertiger sind. Was besonderes können wir zum Beispiel die Motorhaube öffnen. Und ja, ihr seht es hier, wenn wir hier unter die Motorhaube auf den Motor gucken, wie detailreich das ist, ist einfach was ganz anderes. Oder hier unten, wie schön das alles gemacht wurde. Natürlich auch mit Gummiredern. Und das ist natürlich etwas viel, viel Besonderes. RLC ist auch sowas hier. Es kommt nicht nur manchmal in den Kärtchen, sondern es kommt auch in so Acrylboxen manchmal. Und in diesen Acrylboxen befindet sich dann auch ein Hotwheel wie zum Beispiel dieser Lamborghini. Auch limitiert. Kann man sich auch kaufen. Und ist mittlerweile schon längst ausverkauft. Also ist nur noch über andere Portale von zweiter oder dritter Hand zu bekommen. Also es lohnt sich wirklich für 10 Dollar so eine Mitgliedschaft abzuschließen. Und dann haben wir nochmal sowas hier. Das ist ein Convention Car. Und diese Autos kriegt man nur, wenn man ein Ticket für die Convention hat. Also das Auto gibt es eigentlich nicht mal auf der Convention, sondern erst wenn man das Ticket zu der Convention hat, die dann in Amerika ist. Wie zum Beispiel hier in Los Angeles 2019. Und mit dem Ticket kann man sich dann nochmal für so ein besonderes Auswahlverfahren oder auf so einer besonderen Seite nochmal anmelden. Und die dann bekommen. Limitiert auch auf 5000 Stück. Zum Beispiel der hier, wie wir hier oben sehen. Und als Deutscher oder Europäer ist es wirklich sehr sehr schwer, das Auto zu bekommen. Und deshalb eigentlich nur aus zweiter, dritter Hand. Für bisschen mehr Geld. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch zeigen Convention Cars, Red Line Club Modelle, wie zum Beispiel der hier. Und ID Fahrzeuge, jeder sammelt hier was anderes. Premium Fahrzeuge, auch ganz cool. Dann gibt es nochmal hier Main Line. Je nach Modell ist auch mal eine Main Line öfter vertreten als die andere. wie zum Beispiel der Audi. Kostet zwar vielleicht im Teddy 1 Euro, aber ist vielleicht seltener trotzdem zu finden, weil viel mehr Menschen darauf ansprechen, das Auto schön finden und das Auto auch dann wieder mitnehmen. Und ich glaube pro Packung vielleicht nur 1, 2 drin sind. Deswegen auch obwohl es eine Main Line ist, macht das Ganze auch nochmal ein bisschen hochwertiger. Natürlich gibt es auch nochmal Main Lines als Fantasy Fahrzeuge. Aber wie gesagt Fantasy Fahrzeuge sind für mich persönlich nichts. Dann haben wir hier nochmal eine Treasure Hunt. Erkennt man an diesem grauen Logo da unten oder hier an dieser Flamme am Auto. Auch keine Gummireder. Ein bisschen Plastik, aber halt seltener zu finden. Und dann gibt es nochmal das hier. Super Treasure Hunt Gold und Gummireder. Hochwertiger. Und gibt es auch als Shortcut und als Longcut. Ja, habt ihr schon mal was gefunden? Wenn ja, wie gesagt, welches Auto? Und ich hoffe, ich konnte alles erklären. Ich habe wirklich schnell gesprochen, aber trotzdem sind wir bei 10 Minuten gelandet. Und ich möchte das Video jetzt hier auch an der Stelle beten. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Und ich wünsche noch eine erfolgreiche Suche. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. 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 Vielen Dank.